Und in unserer Wahrnehmung bestimmen wir die kleine Linse des Geräts. Und platzieren sie in den Eingangspunkten der ganzen Information der äußeren Welt, in unserer Wahrnehmung. Und wir konzentrieren uns auf die kleine Linse in unseren Gedanken. Und wir informieren sie mit allen Methoden, mit allen Technologien, das Gewährleistung des ewigen Lebens für alle. Und wir sehen von der äußeren Fläche der Linse fließen Lichtwellen. Und wir sehen einen Strahl, der die Linse in unseren Gedanken mit dem physischen Gerät verbindet. Und wir beginnen sehen, dass die Linse in unseren Gedanken genau dieselben Charakteristiken hat, wie die Linse am physischen Gerät. Und wir informieren sie, dass in ihr die Handlung der Seele, des Bewusstseins und des Geistes sich befindet, und zwar die Handlung für die Realisation des ewigen Lebens. Und in ihr befindet sich, genauso wie in der physischen Linse, befindet sich die schon gerettete Welt und unsere positiv gelösten Fragen. Und wir sehen, dass die kleine Linse an. Und wir sehen, dass ganz natürlich. In ihr so ein Leuchten befindet, dass dieses Leuchten verbindet, die kleine Linse mit dem Raum in der unendlichen Entfernung, also der Raum, wo die Erschaffung stattfindet. Und in der kleinen Linse betrachten wir die ganze Welt, die Ereignisse aller Leute. Und wir beginnen, die Steuerung des Schöpfers zu sehen, dass jeder Mensch eine unendlich gute, positive Entwicklung hat. Und jedes Element der Realität hat eine Verbindung mit sich selber, da in der unendlich weiten Entfernung. Wo alle Menschen unendlich weit entwickelt sind. Und in das kollektive Bewusstsein des Menschen, der ewig lebenden Menschen. Und wir beginnen, dass wir sehen, dass jeder Objekt der Realität, jeder Mensch mit so einem vorerstellen, dass jeder Objekt der Realität, jeder Mensch mit so einem vorerstellen, Schaffungsbereich umfasst wird. Und zwar mit der Steuerung, die der Schöpfer gegeben hat, also wie soll das Element der Welt aussehen, welche Entwicklung sollte das Element der Welt haben. Und gleichzeitig, der Bereich, der jedes Element umfasst, existiert in der unendlichen Entfernung. Auf so einer Entfernung, woher die allgemeinen Handlungen des Schöpfers realisiert werden. Und wir sehen, dass wir diese Verbindung bekommen haben. Also diese Entfernung, diesen Kontakt des kollektiven Bewusstseins der Menschen in der Gegend mit dem kollektiven Bewusstsein der Menschen, die unendlich weit entwickelt sind. Und diese Lichtverbindung, die existiert schon ganz natürlich in dieser Linse. Wir arbeiten einfach nur daran, dass wir sie beobachten können. Und in einem bestimmten Zeitpunkt dieser Konzentration fangen wir zu spüren, dass von dieser kleinen Linse schon zu unserem physischen Körper der Fluss, der Strom des ewigen Lebens, die Ewigkeit zu uns fließt. Vielen Dank.